Dass zwei Parteichefs zurücktreten bei den Grünen, ich meine, die Grünen waren nie so nett mit ihren Parteichefs, aber dieser Rücktritt ist nochmal auch eine neue Qualität, oder? Ja, ich meine, man hat ja seit Tagen gespürt, dass es da eine Reaktion geben muss. Und wir haben ja alle, sagen wir mal, seit der Bundestagsnachwahl in Berlin, wo es schon ein Stück runterging, die Europawahl, die Bundestagswahlen. Immer sind andere dran schuld. Und jetzt kommt ein zweites Ding dazu, das noch gar nicht angesprochen wurde. Wir machen ja immer alles richtig. Was wir anders machen müssen, besser machen müssen, wo du dich an die eigene Nase fassen musst, sondern es gibt ja parallel dazu auch was. Das haben wir in den letzten Tagen überall gelesen. Das ist auch eine Desinformationskampagne von Russland nach Deutschland. Schreibt gerne eure Meinung in den Kommentaren. Auch gegen Grüne sich richtet.